Über Freundschaft und Liebe haben wir gesprochen. Wir, das ist die Klasse einer Handelsakademie, die in diesen Tagen bei den Franziskanern hier in Delfs bei uns war. Sie hatten einen Einkehrtag, ich durfte sie begleiten. In einer Gesprächsgruppe hat eine Schülerin gesagt, für die Freundschaft ist mir ganz wichtig, dass ich zu meinem Freund offen bin, dass ich ihm ehrlich sage, was ich meine. Ich denke, die Jugendliche hat ein gutes Gespür. Mir kommt vor, wenn ich ein guter Freund sein will, dann muss ich sagen, offen sagen, was ich fühle und ich muss auch mitteilen können, was ich denke und was ich glaube. Dabei ist Jesus für mich eine inspirierende Figur. Er sagt ganz offen heraus, was er fühlt und was er denkt. Auch auf die Gefahr hin, dass er damit von manchen nicht mehr akzeptiert wird, gerade in seiner Verwandtschaft und in seiner Heimat. Auch ich möchte ein Freund aller Menschen sein. Auch wenn ich damit rechnen muss, dass mich manche dann nicht mehr mögen, möchte ich offen sagen, was ich glaube und was ich fühle.